Ja genau. Ziehen Sie! Ziehen Sie! Ziehen Sie Piers, los! Schnell! Wohohohoho! Alter, zut ihr wieder bei dir. Ich hätte eigentlich gesagt, dass ich jetzt mit Quicktime gerechnet habe. Quicktime hatten wir sowieso recht wenig, muss ich sagen bis jetzt. Was ist denn der Kampagne? Alter, was ist denn jetzt denn? Keine Ahnung. Wer soll den abkirallen? Na super. Ja, mal schön. Worauf muss man denn da schießen, Mensch? Schiff den Kopf, einfach auf den Kopf. Hauf! Oh, Alter, die Kamera, ne? Ja, ja, die macht mich auch gerade fertig. Jetzt ändert es sich schon wieder. Ich meine, ist alles epic und so, aber... Bisschen Benutzer-Vorteil. Das Misty ist echt Mist! Ah! Alter! Das Misty ist verdammt... Ist vor allem verdammt riesig! Warte, wieso krumm wir das jetzt machen? Naja. Ich muss sagen, das ist schon irgendwie geil. Jaaaa... Auch wenn die Kamera nicht so dumm ist, aber... Ey, der hatte offenbar von Anfang an vor, diese Bestie freizulassen! Verdammt! Dann waren die Raketen nur Ablenkung! Ach, ne, nochmal so ne Sache hier. Ja, bin schon dabei. Aber jetzt kennen wir das Spielchen ja schon. Ja. So, schnell! Go, go, go! Und... Super! Mit was sollen wir auf dieses Feedern bitte schon schießen? Mit unseren schwulen Pistolen, oder was? Na klar! Jaaaa... Ich glaub wir müssen wieder drauf ballern. Ey, ich muss das mal haben. So, hab ihm ins Auge geschossen, weiter geht's! Schnell! Lös! Fies mich in die Höhe! Ah! Loll! Fuck! Äh, Hilfe! Hilfe! Ah! Ah! Ah, okay. Ich hätte jetzt eigentlich Leertaste machen müssen, also... Okay. Ah, ich muss schon. Ah, da rein! Boah, alter Sch... Scheiß, die Wand an! Schon heftig, also... Ich hab immer so das Gefühl, den sind wir noch nicht los. Nee. Ah ja, it's the final countdown, hier würde ich mal sagen. So, und hier präsentieren wir die neueste Mode als Paddy's. Oh, scheiße. Ich glaub mit Motor Show ist jetzt erst mal nichts. Alter! Alter! Was spritzt denn da so viel? Oh! Das kann doch nicht wahr sein! Das Biest dreht doch! Boah! Vor allem mutiert's irgendwie gerade. Das find ich aber ehrlich gesagt ist total. Worauf müssen wir den schießen? Keine Ahnung. Ich krieg das voll im Pfund aufs Maul hier. Hier, kommst von mir! Fotze! Ich pack mal den... Ich pack mal den... Ich pack mal den... Granatwerfer aus. Ich glaub wir müssen auf den Kopf schließen, weil da dieses rote Viereck ist. Soll... Zielmarkierung. Also ich weiß echt nicht, wie du da drauf kommst! Ja, weil du die ganze Zeit dich beschwerst. Muss es aber! Es darf hier nicht rauskommen! Okay, was macht das? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub es ist tot. Meinst du? So schnell? Geil wär's auf jeden Fall. Ja... Ja... Ich muss mich nicht beschweren. Ich bereite mich mal schon auf Trickteilung vor. Ja, ich hab auch schon alle Tasten bereit. Okay, das ist jetzt ein bisschen scheiße. Ungutes Gefühl. Das hab ich bei Resi-Spielen ständig. Dreiwettertaft. Die Frisur sitzt perfekt. Trotz Feuchtigkeit. Schau, dein Styling-Held! Ja, ne? Ich... Ja, ich wusste doch, komm. Jetzt kommt gleich so ne Hand raus. Chris! Okay, es kam jetzt zwar nix, aber dieses Geblubber hat mir schon genug verraten. Da kommt auf jeden Fall nochmal was. Ja. Ich glaub das Viech wird unser finaler Gegner werden. Das darf er mich auch überzeugt. So. Wart mal nach der Oper. Erstmal ganz entspannt hier alles durchladen. Oh, wieder ne ruhige Passage. Ich fass das denn nicht. Okay, jetzt hab ich nichts mehr. Jetzt in meinem Inventar häng ich aus. Okay, hier ist noch Muni. Ja. So eine Scheiße! Ja, da kannst du laut sagen Chris. Oh ja. Was hast du da gesagt? Ruhige Passage. Ah, Leertaste drücken. Wiederholt. Oh Gott. Lass mich durch. Boah. Ich kann nicht vorbei! Ja, ne da ist auch ne Wahnsinns Grabschand vor uns. Und drauf schießen oder so. Na ne einfach mal laufen. Ruhig das Tür. Boah! Ohohohoho! Ich will verdammt sein wenn ich hier! Oh, da geht das nächste Shot zu. Oh ja. Ah! Ah! Tricks Kamera, ey. Ah, ich muss zu der Hand. Ich muss dir ins Gesicht grabschen. Ah, ich muss zu der Hand. Ich muss dir ins Gesicht grabschen. Ah, einfach drunter durch. Schnell die Tür geht zu. Oh Gott. Oh Gott. Ich seh mich schnell. Boah! Okay. Das war jetzt alles andere als... Nein! Ja warum? Es geht zu! Ah! Ich muss Leertaste hämmern wie ein blöder... Ich weiß zwar nicht was ich grad drücken musste. Ich hab ein kleines richtiger gedrückt. Ich drück einfach. Ah! Los! Boah! Scheiß die Wand an, ey. Ich hoffe das Leertasten hämmern hört man jetzt nicht so. Ich hab's nicht gehört. Warte, ich muss mal kurz... ...meine Ausdauer regenerieren lassen. So. Lass mal. Wir sind hier leichte Beute! Ah, da lang! Los! Ah! Tricks doch so durch! Alter! Muss die Kamera sich... ...maß gleich jetzt drehen! Pass auf! Die Shots gehen trotzdem zu! Oh! Richtig! Wir werden hier grad von einer Karte hin zur nächsten gejagt! Kann das sein! Aber richtig, ey! Und wir sind nur am Sliden! Naja, das hat doch Stil! Ja, richtig geil! Jetzt kommt der Shot runter und enthauptet! Na super! Kannst du irgendwie Quicktime oder so machen? Ne, grad noch nicht! Alter! Das ist so widerlich, das Viech! Autsch! Oh! Oh! Alter! Ach du Scheiße! Pierce! Nein! Pierce! Wow! Wow! Das ist ja jetzt okay, Mann! Okay, Mann! Ich glaube, mit dir ist es vorbei! Mit mir auch! Der verspeist mich jetzt! Ist klar! Der hat jetzt den Arm abgerissen oder was? Ja! Echt jetzt? Ja! Das hat süß grad so aus! Ja! Oh, das krieg ich da hin! Ich kann nix machen! Ich hab, ich ja, ich musste... Hartzache, du hast keinen... Oder? Du hast deinen Arm noch, oder? Ja, ich hab einen Arm mit ihm gekriegt! Und dein anderer ist weg, oder wie? Ich kann das nicht sehen! Nee, nee, der ist noch da! Der ist noch da! Das sah nur so aus, weil das ist so komisch! Ja! Und jetzt? Ja, jetzt musstest du ihn indizieren, glaube ich! Jetzt mach! Der fickt mich! Oh Gott! Oh mein Gott! Was werde ich jetzt? Keine Ahnung! Hässlich! Du wirst... Wahrscheinlich wirst du es zu Pierce Brosnan! Oh mein Gott! Ich hab' super Kräfte! Boah, Alter! Äh, jetzt hast du wenigstens nen neuen Arm! Ja, aber geil! Ander ins Geschehen! Ich weiß noch nicht, wie ich hier was mache, aber... Aha! Okay! Das ist also meine Waffe! Oh! Au! 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 Du hast es, glaube ich, zu lange gebraucht! Ja, Leute! Weißt du, wie komisch dieser Arm ist? Ja, keine Ahnung! Beeil dich bei... Auf jeden Fall jetzt damit! Ich musste mit dem Arm zielen, um den zu benutzen! Hammer! Wohin soll ich denn schießen? Ja, ich würde mal sagen, auf den Kopf! Ja! Ah, Alter! Das ist so geil! Muss ich das anfilmen? Ah, das sieht doch schon mal gut aus! Ja! Geil! Ich hab' Blitzart! Boah! Das Spiel wird gerade haltiert! Entkommen sie ja wieder! Ich kann mich nicht mal bewegen! Cool! Ah, jetzt kann ich mich wieder bewegen! Mein Gott, Pierce! Was haben sie getan? Druckabweichung festgestellt! Ah, schnell! Komm her! Geil, Alter! Hast du es gekillt jetzt, oder was? Ne, aber ich hab' da voll die geile Attacke drauf gehabt! Weißt du's ja, komm! Komm mal! Ne, warte, hier gibt's noch Kisten! Ja, ich dachte, das Vieh macht uns gleich platt! Aber gut, wenn du jetzt so ein Monster haben hast! Mein Gott, Pierce! Was haben sie getan? Alter, wie du aussiehst! Auf jeden Fall geil, also... Ja, das ist mal was Neues! Das gab's uns jetzt noch gar nicht! Eingeleitet! Oh, jetzt, jetzt! Oh! Alter, ist das cool, ey! Ja, Mann! Sowas hätten sie öfters einbauen müssen, das ist ja mal richtig geil, so'n Arm! Hier ist Elektroarm! Der ist richtig geil! Druckregulierung wird eingeleitet! Ja, jetzt halt mal, ich hab' damit eine Druckregulierung, sonst drück' ich dir auch gleich was! Ich drück' dir auch was gleich in deine Regulierung! Kommt's doch an deinen Blitzarm denn einsatzieren! Ja, cool! Was, äh, gut, äh... Druckabweichung fehlt gestimmt! Ja! Ich dachte, da kommt noch ein Kapitel! Ich will mehr mit dem Arm machen! Ja, wahrscheinlich ist es jetzt gleich vorbei! Ja, schade! Das ist doch echt enttäuscht! Ich würde mal sagen, Königs aus der Asche! Dann mach' ich gleich neu aufgehauen! Ja, ich seh schon! Ja, ich seh schon! Ja, ich seh schon! Alter, ist das cool! Ja, super! Ich krieg' gleich mal irgendeine Platte gegen's Maul! Ja gut, dann überlasse ich das einfach mal dir! Ja! Weil du bist halt Scheider-Tier! Ich kann dir dem wahrscheinlich nix machen! Alter, warte! Während er sich auflädt, ne? Das ist doch schwer zu zielen, da! Also noch nicht wahr machen! So, kommt der hin! Ich kann auch, ich kann auch ein bisschen mithelfen mit dem Granatwerfer hier! Vielleicht hilft das ja irgendwas! Ja, dann kann ich mich von hinten! Mit seinen empfindlichen Stellen! Oh, hab ich dir weh getan, oh Leute! Was geht los? Warte, ich lade die... Hast du mich geheilt? Äh, ne, ich glaub' du hast dich wahrscheinlich selber mit deinem Arm, da! Geil! Aber du hast doch jetzt, du hast doch jetzt diesen C-Virus in dir! Auf jeden Fall praktisch! Ich will mehr C-Virus! Ah, ah! Schnell! Oder was ist das? Keine Ahnung, es hat sich auf jeden Fall gerade geteilt! Es ist zu mir gekommen und wollte explodieren! Ja, ein Teil ist wieder so ein Kokon! Jetzt oder nie, Feuer! Ja, nein, komm mal! Ah, holz ins Loch, Mann! Los, mein Gesicht! Schlampe! Das heißt, dass du nichts von dem Elektroschock abkriegst, weil die stehen im Wasser, ne? Das ist halt ein Special-Elektroschock! So, von was jetzt? Er lässt dich nicht abwimmeln! Mir noch egal! Wir müssen ihn erledigen, wenn er im Kokon ist! Das sagt man so leicht! Vor allem sein, sein Weak-Spot ist total schwer zu treffen! Ja, du sollst hier mit einem schweren Zielen, der wackelt so dann... Hast du jetzt eigentlich noch irgendwie eine Waffe oder sowas? Ich kann grad nicht wechseln, sondern ach so, ich will jetzt eigentlich echt gesauber nicht wechseln! Scheiße! Boah, jetzt ist ein bisschen schneller! Okay, ich hab seinen Weak-Spot getroffen! Leute, was macht das? Also, wir müssen ihn irgendwie erledigen, während er im Kokon ist, die Frage ist ja nur die! Ah, okay, so! Ich hab ne Blend-Granate drauf geworfen! Jetzt kann ich seine öffentlichen Stelle tragen! Ich auch! Aber irgendwie macht das überhaupt nix, wenn ich da drauf schieße! Ah! Ja! Das ist so geil! Hier, ich geb' uns mal ne Pill! Oh, ja! Und du warst nämlich gelb, deswegen! Aber du regenerierst dich ja eh von selber, ne? Ja, das beobachte ich grad! Oh Gott! Oh Gott! Tatsache! Ich erinnere mich vollkommen! Oh, Mann! Da bringen mir jetzt meine dicken Muckis auch nix mehr! Wie oft müssen wir den jetzt bitte schön plattmann, ich hab gleich keine Munition mehr! Oh, oh! Oh, oh! Aber ich sehe grad, dass der Arm, wenn ich einzelne Klisse abgebe, weil ich aufhören, der mich auch Leben kostet! Ich muss aufpassen! Jetzt hätte ich mich bei einer selbst umgebracht! Okay! Auf hab' ich gar nicht geachtet! Das ist natürlich tückisch! Das erinnert mich an Eston's Creed, wenn man mit dem Eden-Apfel rumläuft und man den einsetzt, der ist auch total mächtig! Alter! Na ja, ich komme, ich komme, ich komme! Jetzt musst du ja unbedingt seine Dings-Einsatz! Nein! Scheiße! Du hast mich jetzt getötet! Ja! Vor allem, ich war jetzt wirklich kurz neben dir und hab grade auf V gedrückt! Das war total ungünstig, weil ich wollt grad abfeuern, ne? Und dann macht er sich da breit mit seinen tausend Schläuchen und so! Aber gut zu wissen, dass ich... Na super, jetzt müssen wir jetzt alles nochmal machen! Alter, das Vieh ist aber auch hartnäckig! Ja... Behalten Sie die Kontrolle! Ich bin jetzt noch meine ganzen... noch meine ganzen... meine ganzen Sprengmonie! Die setze ich jetzt mal ein bisschen weiser ein! Verbrauch' erst mal die anderen Waffen! Ich bin jetzt noch ein bisschen... Ich bin jetzt noch ein bisschen... Ich bin jetzt noch ein bisschen... Boah! Okay, aber wenn ich auflade und so einen Megashop mache, dann braucht das nicht so viel, ne? Und die einzelnen Schusskosten sind dann schon sehr heftig! Scheiße, was ist das Vieh jetzt hinten? Was ist das hier? Ja!